Yo, Freunde! Ich melde mich hier nochmal am Nachmittag, ungewöhnlicherweise, zu einem kleinen Update vom Fortnite-Shop. Und zwar haben wir zwei Dinge. Einmal habe ich heute Morgen vergessen, den kostenlosen Ladebildschirm zu zeigen. Hier, es gibt einen Free-Ladebildschirm. Könnt ihr euch also hier jetzt für 0 V-Bucks holen, würde ich auch machen. Ich meine, ja, ist ja for free. Und außerdem haben wir noch eine Sache, nämlich wurde das Paket hier unten, das Magma-Meister-Paket, um 50% reduziert. Das kostet jetzt nur noch 7,49 Euro. Also Epic Games startet jetzt in die Black-Friday-Angebote rein. Außerdem wurde jetzt auch endlich der Preis von dem Last-Paket hier angepasst. Vorhin war das noch so, dass nur alle Playstation- und Xbox-Spieler hier einen Rabatt hatten. Und jetzt gibt es auch für alle PC-Spieler den Rabatt von 15,99 Euro auf 11,99 Euro. Wurde das gesenkt? Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt noch einige weitere Black-Friday-Angebote auf uns zukommen werden die nächsten Tage. Ich glaube, Black-Friday ist ja erst nächste Woche, ich glaube. Ähm, genau. Das ist ja, alle Shops haben ja aktuell so Black-Friday-Angebote. Und sobald es irgendwelche Neuigkeiten oder Angebote da gibt, werde ich euch natürlich direkt ein Video dazu machen. Also lasst gerne hier ein Abo da, falls ihr noch nicht Abonnent von meinem Kanal seid. Und ja, das war dann das kleine Update. Lasst natürlich wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Und oh, guck mal, ich muss noch den Creator Code Snoxy ertragen. Das habe ich voll vergessen. Creator Code Snoxy. Ich kaufe mir gerade die ganze Zeit Sachen ohne meinen Creator Code. Rip. Äh, ja. Okay. Dann wünsche ich euch jetzt einen entspannten Start ins Wochenende. Ich bin nachher auch wieder live auf Twitch. Also, falls ihr mir noch nicht folgt auf Twitch, könnt ihr auch das gerne machen. Link ist unten. Und dann, ja, freue ich mich auf euch. Habt noch einen wundervollen Tag. Und bis spätestens morgen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.